hallo meine lieben willkommen zurück zu lego city undercover fahrzeugdiebstahl los geht's und das ist glaube ich eine ganz coole karre wo muss ich hin ich werde nicht von der polizei verfolgt sondern von der jakuza ich weiß nicht wieso, aber ich will hier mal anfangen coole sache das auto weiß auch nicht was es will ein bisschen nitro das ist ja mal ein blöder weg ich stehe ich hänge wir sind fast da da oben hing was habt ihr es gesehen oh gott ich glaube ich krieg die krise habt ihr es gesehen in diesen einen tunnel wo ich gefahren bin da hing was an der decke ich hoffe es ist die letzte figur die mir fehlt lasst mich spielen spiel bin ich da durchgefahren ja ich sehe es doch jetzt schon das ist sie nein okay okay ganz ruhig bleiben solche probleme habe ich mein eigenmann ich habe die flugbegleiterin nein ich habe beim flughafen 100% geil geil und im nobelviertel haben wir erst 25 erbärmlich geil wir haben hier 100% es läuft es läuft wo bin ich ach da bin ich ach da bin ich ich glaube wir machen einfach hier weiter im nobelsviertel da haben wir nämlich auch fast noch gar nichts gemacht cool Bahnhof 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 Telefon okay Telefon okay Gummiautomat ach ich glaube hier drin war ich schon mal in dieser Spielhalle da ok da bin ich rauf ok da oben auf dem Dach ist was auf diesem einen Schornstein da fliegt irgendwas und da hinten ist irgendwas wo ich wieder scannen muss ok kurz Entschuldigung bin ans Mikro gekommen kurz mal gucken was brauchen wir hier ach du heilige Magrede oh hier ist noch alles offen 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 ich muss ich muss ich muss ich muss ich muss ich muss grüne Farbe finden ich muss ich muss ich muss ich muss ich muss ich muss vor... vorletzte sein? Hm. Cool. Oh, ich habe alles kaputt gemacht. Kaugummi Automat. Sehr schön. Oh, ich müsste mir das eigentlich aufschreiben. Kaugummi Automat. Ich muss auch noch daran denken, dass wir noch die Bäume in diesem China-Viertel da hinten machen müssen. Nur noch einen. Zumindest. Nein. Ich habe den Zettel wirklich nicht hier. Ah, okay. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Hm. Oh, oh. Okay, okay. Da oben ist das Schwein. Ich sehe das Schwein. Nee. Mann, was macht er denn für akrobatische Einladen hier? Komm ran. Sehr gut. Oh, da ist Superbau. Lasst mich raten. Hm. So, das ist eine Rufsäule sein? Jetzt haben wir Hazard bekommen. Wollte ich schon immer mal haben. Jetzt haben wir echt nicht mehr viele Superbaus. Schade. Ich habe gehofft, dass man wirklich richtig coole Superbauprojekte kriegt, wo man wirklich viele Steine braucht, wo man was wirklich Fettes hinsetzen kann. Aber dem ist leider nicht so. Die meisten Superbaus sind immer nur irgendwelche Sprungkissen, Heli-Landeplätze oder Rufsäulen. Ich hoffe, dass sollte irgendwann mal ein Lego City Undercover 2 rauskommen. Dass die Jungs und Mädels sich da nochmal ransetzen und vielleicht mal ein bisschen was Cooleres einen in die Lego-Welt bauen lassen. Ist doch ein bisschen langweilig. Uh, muss ich angeln? Oh, ich muss Angeln auch noch bauen. Wo ist mein Zettel? Ich muss das aufschreiben. Angeln, Blumentöpfe, Kaugummi-Automaten. Angeln, Blumentöpfe, Kaugummi-Automaten. Oh, bitte sein, Kaugummi-Automat. Okay, Kaugummi-Automat. Check. Nur noch Blumentöpfe und Angeln. Wo ist das denn jetzt? Blumentöpfe und Angeln. Blumentöpfe und Angeln. Blumentöpfe und Angeln. Sehr gut. Okay. Wo ist Meister? Hausmeister Krause? Okay. Nur noch eine einzige Angel. Okay. Okay, Moment. Muss doch irgendwo... Die Angel muss doch hier irgendwo am Wasser sein. Das kann doch jetzt hier alles gar nicht mal so falsch sein. Okay, da ist die Kanone für das Schwein. Wo war das Schwein? Auf irgendeiner Mauer stand das. Wah! Ah! Oh! Was ist denn hier? Ein Erdvoller Felsen? Ja, da ist er! 17 und 22. Ich fehlen uns noch 5. 18 und 22. Oh! Ah, okay, hier, hier, das wird ja auch die letzte Angel jetzt sein, oder? Ja, danke. Okay, Angeln brauche ich mir nicht mehr merken. Nur noch den Blumentopf. Was ist denn das? Was war denn das für eine Figur? Hä? Gladiator, ernsthaft? Okay. Cool, so. Hafen erledigt. Was sind das für weiße Steine? Muss ich die einfärben? Ich habe bei allen weißen Steinen, habe ich immer das Gefühl, ich muss die einfärben. Okay, ach, da hinten ist die Rufsäule, da waren wir schon. Okay, komme ich da vielleicht irgendwie an das Schwein ran. Ah, okay. Yep. Hä? So hoch kann ich nicht. So weit nach oben komme ich nicht. Okay. Was ist denn das jetzt? Wo komme ich da denn hin? Äh, Alien-Man. Ja, sehr gut. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich voll verloren. Feuer! Okay, nur noch drei Grills, die wir löscht werden müssen. Okay, das hier sieht ein bisschen nach Parcours aus. Aha. Wo ist der Anfang? Kann ich vielleicht erst mal einen Probelauf machen? Scheitert der schon beim... Hier auf das blöde Ding raufgehen. Oh. Äh, halt dich doch einfach fest. Oh. Okay. Na gut, ich wage den Versuch. Okay, Konservation. Komm schon. Bist du drauf? Sehr gut. Das ist schon mal die halbe Miete. Wow. Oh. Okay. Festhalten. Sehr gut. Uh. Beim ersten Mal. Danke, danke, danke. Skateboarder. Oh, jeder erfolgreiche Parcours ist so, oh, wunderschön, weil ich weiß, dass ich es nie wieder machen muss. Ein Traum. Oh, nein, was habe ich? Zwei von dreien. Oh. Vogelhäuser, okay. Okay. Ich muss Vogelhäuser bauen. Moment mal, das war ja jetzt auf dem anderen Gebiet. Okay. Wo ist Pharma? Phil? Phil? Okay. 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 Alles klar. ja ich hab das schwein und die kann er zu öfter als die kanone tatsache ok nur noch drei schweine ist ja nicht zu fassen da oben ja aber wir sind jetzt schon wieder jetzt im nächsten viertel ich komme ganz durcheinander funkelhäuschen und genau pflanzenkügel im pagodeviertel und pflanzenkügel was kriege ich hier oh nein sandburgen klasse drei sandbogen ok nummer zwei klasse ok wenn dahinten nummer drei ist dann ist alles gut ja wunna va ja geil der nächste wertvolle facebook wo bin ich jetzt weiß ja ja Okay, das haben wir alles gemacht, das haben wir alles gemacht. Jetzt, äh, Alien, Katze, Schwein, Autos und Gangs und Presslufthammer, Bohrung, oh Gott. Wie komm ich hier rauf? Ich muss doch hier irgendwie raufkommen. Nein, hier komm ich nicht rauf. Okay, dann wäre ich wahrscheinlich von irgendwo irgendwie dahin drauf fliegen müssen. Nein. Okay, das ist alles halb. Aua. Okay, da hinten ist Einfärbung, T-Rex. Oh, eine Hintergasse, Gold, wieso brauche ich Gold? Merken, dass hier Gold ist. Oh Gott. Das müsste eigentlich alles fertig sein. Das haben wir alles gemacht. Warte mal, war ich hier schon? Uh. Sieht nicht so aus. Ja genau, da haben wir ihn. Stehen. Ja. Ja. Gut. Gut. Geh mal rauf hier. Wo auch immer ich hier hinkomme. Aha. Gut. Das ist ein dummer, dummer Superstein. Da oben sehe ich jede Menge Bling Bling. Okay, hallo. Kraxel doch da rauf, verdammt nochmal. Äh. Das sieht sehr, sehr nach einem Parkour aus. Ja. Mmh. Toll. Gibt es hier wenigstens etwas? Nö. Das ist doch dumm. So. Okay. Okay. Ich will da rein. Okay, so. Ansonsten, ich habe jetzt wirklich alles gemacht. Ich habe nichts vergessen, oder? Halt dich fest. Nein. Ich sehe doch nichts. Verdammt, ich kann so nichts sehen. Halt dich fest. Er hält sich nicht fest. Wieso nicht? Was ist dein Problem? Hier, woher? Oh Mann, ich habe keine Lust auf diese Verfolgung. Okay. Super. Okay, wo ist mein Auto? Ich habe keins, oder? Ah doch, hier. Sehr gut. Hä? Steig ein. Gib Gas. Was? Was machst du denn da? Äh. Ach, der ist jetzt schon wieder auf der Brücke. Vergiss es. Auf der Brücke, da können die Penner wieder rasen. Okay. Gut, sehr schön, sehr schön. Ich würde ihm ja am liebsten den Weg abschneiden, aber ich glaube, dann dreht der wieder um. Ah. Ja, sehr gut. So gefällt mir das schon besser. Ja. Gut, okay. Oh, perfekt wäre es, wenn ich... Wieso ist der so schnell? Ich mache permanent Nitro. Er fährt eine Gurke. Wie kann das sein? Ich gebe hier Vollgas Nitro. Ich fahre unfallfrei. Was ist das? Ich fahre unfallfrei, wollte ich sagen. Wo will er denn hin? Okay. Das ist doch nicht mehr zu fassen. Ich glaube, dieses Nitro macht mich nicht schneller, sondern langsamer. Mann. Das kann nicht sein. Mann. Das kann nicht sein. Ich erwische ihn nicht. Ich komme nicht mal in seine Nähe, um ihn zu rammen. Ich fahre jetzt mal links lang. Ich schneide ihm den Weg ab, indem ich links lang fahre. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, Leute. Aber wirklich. Welches sechsjährige Kind kriegt das gebacken? Die müssen ja noch aufs Gamepad schauen, um zu gucken, wo ihre Finger sind. Okay. So. So, mein Freund. Vergiss es. Ja. Wow. Sehr gut. Okay. Halt im Namen des Gesetzes. Hiernach baue ich eine Dusche. Das war gut von mir. Verdammt. 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 Ich bin ein Ass. Das war pures Glück. Ich habe Schwein gehabt, dass er ein schlechter Fahrer war. Okay, da war jetzt nichts Tolles drin. Aber ich habe den Idioten gefangen und das ist alles, was zählt. Sieht gut aus. Achso. Ne. Blöd. Ist ja noch Brücke. Jetzt muss ich gucken. Nobelviertel. Okay. Wir müssen noch ein Auto klauen. Gangs verprügeln. Katze. Schwein. Fahne. Parcours. Und Pressluft-Bohrhammer-Action. Okay. Da haben wir noch ordentlich was zu tun. Da haben wir noch ordentlich was zu tun. Okay. In den nächsten Folgen von Lego City Undercover. Bei denen ich hoffe, dass ihr ebenfalls wieder mit dabei seid. Wow. Cool. Ey. Das war jetzt die letzte. Das war cool. Sind meine Pro-Skills. Egal. In diesem Sinne. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch nur das Beste. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir. Ich bin raus. Tschüss. Oh Gott. 83%. Und ich wieder Frauenkissement. Glrei. Und Kan … Okay. Okay. Und put dich. Und du piegst. Vielen Dank.